Ok Freunde, es gibt noch eine neue Mitbringung. So, los geht's! 80 Meter über Darmstadt. So, los geht's! Oh! Was ist das? und los geht's Vollgas 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 Schöne, gemütliche Fahrt und eine tolle Aussicht über Darmstadt. Aber die Fahrt war sehr kurz. Das war's. Okay Freunde, die alte Bügel bitte nach oben ziehen. Hinten rechts und hinten links. Die haben Fälle. Die sind die Kohl. Die sind die Kohl.